Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, die Erde hat einen neuen Mond, zumindest zeitweise wird uns dieser Asteroid begleiten. Ist ein sogenannter Quasimond. Das heißt also eine gewisse Zeit, kann man ihn wohl so nennen, aber dieser Asteroid ist deswegen interessant, weil er eine sehr interessante Umlaufbahn um die Sonne hat. Die ist nämlich ungefähr genauso gestrickt wie die Erdumlaufbahn, der selber Abstand zur Sonne variiert ein bisschen. Aber dieses Objekt ist hochinteressant bezüglich auch seiner Herkunft. Also wo ist denn dieser Asteroid irgendwann mal hergekommen? Und das ist sehr schwierig zu beantworten, wenn man ganz ehrlich ist. Was wir hier jetzt sehen, das ist der Orbit dieses Asteroiden. Hier in weiß im Übrigen. Das heißt also, diese weiße Linie, die ihr hier seht, das ist der Asteroid. Und die Erde, das ist die blaue Orbitlinie, die wir hier sehen. Und momentan befindet sich der Asteroid hier in relativer Nähe zur Erde. Und was jetzt hier passiert ist, das heißt bezüglich auch der Gravitationsabhängigkeit des Asteroiden zur Erde, dass der tatsächlich eine ganze Zeit lang neben uns herfliegt. Und was auch interessant ist, also Erstentdeckung war am 21. August. Das heißt, dass wenn wir hier ein bisschen zurückgehen, dann sehen wir, dass der relativ nah an uns dran war, dieser Asteroid. Und im Grunde genommen auch eine Erdannäherung vollführt hat. Der Asteroid selber hat einen Durchmesser von ungefähr 11 Metern. Das ist also ein sehr kleines Objekt. Und solche Objekte sind immer relativ schwierig auch zu sehen. Wenn wir das Ganze jetzt hier beschleunigen, jetzt muss man mal gucken, ob das hier funktioniert. Machen wir mal sechs Stunden Abstände und hier mal oben auf Play gehen. Dann sehen wir, wie dieser Asteroid eben sehr lange bei der Erde bleibt. Das heißt also diese Quasi-Stellung zur Erde. Und das hat natürlich auch etwas mit der Umlaufbahn generell zu tun. Und dann diese Umlaufbahn, wenn wir mal ein bisschen rausschwenken, das Ganze dann kippen. Ich denke, das geht. Ja, genau. Dann kann man kippen. Mal die Sonne in den Mittelpunkt. Und dann seht ihr, dass sich diese Umlaufbahn des Asteroiden nie wirklich unterscheidet von der Erdumlaufbahn. Das ist also ein Objekt, welches schon sehr, sehr lange neben der Erde ab und zu mal herfliegt. Und weil der eben unter anderem, wenn wir mal das Ganze ein bisschen beschleunigen hier und da mal die Position des Asteroiden betrachten, werden wir sehen, dass der jetzt wieder den Abstand zur Erde vergrößert. Das heißt, die Umlaufbahn ist jetzt nicht exakt so wie die Erdumlaufbahn. Und das führt dazu, dass er mal ein bisschen vorläuft, das heißt also vor der Erde sich befindet. Ja, und dann wieder hinter der Erde, weil sich die Umlaufzeiten unterscheiden. Zwar im Grunde genommen nicht wirklich signifikant, so wie das bei anderen Asteroiden der Fall ist. Aber ja, das ist schon ein interessantes Objekt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesem Asteroiden so in ein paar tausend Jahren oder so. Es kann durchaus sein, dass der durch die Erdannäherung, die er immer vollführt, seine Position im Sonnensystem so verändert, dass er tatsächlich auch mal auf der Erde einschlagen könnte. Das ist durchaus denkbar, weil die generelle Umlaufbahn des Objektes ja so durchaus ihn immer wieder sehr nah an die Erde ranführt. Und dadurch kommt der Gravitationseinfluss des Erde-Mond-Systems mit dazu. Und dann wird die Umlaufbahn leicht verändert. Und das kann dann wieder dazu führen, dass er immer näher ranrückt an die Erde. Man kann aber auch, wenn er dann zu nah rankommt und nicht einschlägt, eine komplette Änderung der Umlaufbahn dann auch verursachen, dass er dann vielleicht nie wieder in die Nähe der Erde kommt. Also ein sehr interessantes Objekt 2024, PT5. einer dieser sogenannten Quasimonde oder zeitweisen Monde der Erde. Da gibt es tatsächlich mehrere Objekte, die diese Stellung erfüllen. Das sind tatsächlich alles Asteroiden, die ähnliche Umlaufbahnen haben wie PT5 hier. Die Erde holt die dann mal wieder ein, dann holt der Asteroid die Erde wieder ein und dann haben die da so eine relative Position zueinander. Und das führt dann eben auch dazu, dass man den Asteroiden relativ lang beobachten kann. Was seine generelle Position im System dann auch angeht. So, jetzt machen wir mal zurück ins Jahr 2024. Ich bin nämlich jetzt schon im Jahr 2028. Das ist sehr interessant, wie schnell das dann auch geht, wenn man das beschleunigt. So, machen wir mal September 2024. Ich hoffe, er übernimmt das jetzt, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht, oder? Dass er das einfach dann so übernimmt. Nee, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich hier, keine Ahnung. Also manchmal bin ich auch nicht der Schlauste, was diese Software angeht. Aber im Grunde genommen, wenn man hier dann nochmal zurückgeht, machen wir einfach Cold Reset. Dann ist man wieder an der momentanen Position und auch am momentanen Datum. Und da sehen wir eben die Position, die der Asteroid momentan zur Erde hat. Relativ nah dran, wie gesagt. Aber wobei, relativ ist auch relativ. Hier haben wir den Mond, also Abstand Erde-Mond und dann der Abstand zum Asteroiden momentan. Das ist doch einiges, aber man kann ihn beobachten momentan. Also mit speziellen Teleskopen. 11 Meter auf die Entfernung ist es optisch, brauchst du ein richtig gutes Teleskop, dass du den dann überhaupt sehen kannst. Ich bin mal gespannt. Immer wieder passiert das im Übrigen. Das heißt, wir haben immer wieder Asteroiden, die wir als Monde, zumindest zeitweise als Mond bezeichnen können, weil sie einfach solche Umlaufbahnen besitzen. Aber sie bleiben nicht immer in der Nähe der Erde. Das heißt, unser Mond ist momentan der einzige Mond, der das macht, der eine feste Umlaufbahn um die Erde hat. Wobei die Mondumlaufbahn hier mit dieser Kreisbahn in Relation zu den anderen Umlaufbahnen nicht richtig dargestellt wird. Der Mond hätte einfach auch so eine Umlaufbahn. Genauso wie dieser Asteroid und befindet sich eben in Erdnähe und würde dann eben so ein bisschen rumwackeln in seiner Umlaufbahn. Aber das ist hier anders visualisiert, damit man in dieser Simulation unter anderem auch sehen kann, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist, um einordnen zu können, wie nah uns Asteroiden kommen. Da, mein Lieben, das ist mir heute ein sehr interessantes astronomisches Thema gewesen, bezüglich auch der Möglichkeit, dass wir zumindest zeitweise jetzt noch ein paar Monate einen Mond haben, den wir vorher nicht hatten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020